So Freunde, ich glaube ab ungefähr Stufe 34 könnt ihr das Backblink-Grood freischalten, indem ihr die Aufgabe Rette-Grood setzt, den ihr aus dem Gartengeschäft von Holly Hedges abschließt und das Gartengeschäft findet ihr hinter dem mittleren Gebäude von Holly Hedges und bei dem Gartengeschäft müsst ihr dann zwischen den Blumen-Grood suchen und dann findet ihr natürlich hier am Tanzen und dann könnt ihr bei der Konsole 4 gedrückt halten und bekommt ihn sofort ingame. Ansonsten war es das mit dem Video, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns bei dem nächsten Video, hau da rein und ciao.